Gell, Adamo? Logisch stimmt's. Ich kann wirklich nicht ögeln. Sicher nicht! Sicher kann ich ögeln. Oh, dann zeig ich mal, oder? So ist er! Oh, ich spiele! Ich habe also gar ein Lied, das ihr alle kennt. Das kann ich auch. Sobald ihr es kennt, singt, damit ist es gut. Gut, ich war noch nie so unsicher wie jetzt, ob ihr das Lied wirklich kennt. Du setzt es rein! Oh, weisst du wohl? Geh mal! So! Jetzt bin ich es wieder, he? Dabei kann er nicht ögeln. Nein, nein! Nein, ich habe auch nicht ögeln. Sie haben einfach nicht gekannt. Die müssen bei Ihnen noch tiefer in die Kiste. Ich hoffe, ich war gut. Du warst auch gut. Du warst gut, oder? Kannst du noch einen? Ich habe noch einen. Aber den kannst du nicht... Also, den Teufel ist gestorben. Könnt ihr echt in den Sinn in das Video, oder was? Wirklich? Wirklich? Willst du meinen Arsch haben? Das lernt man bei uns in der Schule. Der Teufel ist gestorben. Kennt ihr mich? Also gut. Dann schauen wir beim nächsten. Den kannst du nicht nur singen, den kannst du tanzen. Also der, der den Song erkennt, soll tanzen. Ist gut. Sprachen! Sprachen! Achtung! Ja! Danke! Danke! Applaus Ich habe gewusst, ich stehe auf Ländler Musik. Lass, er kann wirklich etwas besser, aber bei mir kommt es von Herzen. Das habe ich auch immer gesehen, wenn Musiklehrer wieder geschumpft werden. Du bist aber keine Lehrerin. Ich glaube, es ist falsch aus dem System. Du kannst nur eine Musik machen, den wir spielen. Das ist wirklich eine wahre Geschichte.